Hallo und herzlich willkommen hier bei Payday 2. Wir haben hier schon mal die neue Aufnahme gestartet, weil in unserer Testaufnahme Rosinis Rechner schon wieder ständig abgekackt ist. Darum versuchen wir es jetzt einfach nochmal. Wir wollen es natürlich eigentlich im Stealth versuchen, aber es sieht schon wieder schlecht aus, oder? Ja, ne, ist eigentlich okay, weil da ist eine Kamera. Warte, wie kann ich die Kamera zeigen? Da ist ein Security-Krumpel da. Also wo sind die Kameras? Da vorne ist eine. Also ich sehe hier eine. Einer. Ah, jetzt haben wir da wieder ein Fragezeichen. Ja, deswegen mir ist die Karte, das war die Kamera. So. Und hier ist der Tresor. Jaja, das ist kein Problem. Aber wir müssen die Schlüsselkarte haben. Das ist, nein, 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 ich kriege sonst Thermobohrer, das ist nie das Ding. Okay. Äh, wie viele Sicherheitsbeamte? Einer, sehe ich da. Da drüben ist einer. Okay, du schießt die Kamera aus und dann kleid den Sicherheitsbeamten und ich komme von hinten rein und sorg denen, dass die sich auf den Boden legen können, im Schalterraum sollen können. Aber ich warte aber, bis der Security-Man wieder im Gebäude ist. Jetzt muss ich durch die Scheiße schießen. Achtung. Verdammt, 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 verdammt. Scheiße. Was macht ihr? Jetzt hat sie verredet. Wo ist der? Wo ist der? Ich hab doch die Scheißkamera ausgeschossen, Leute. Na, hallo? Wenn die da runterhängt, dann ist die ausgeschissen. Gut, mach die meine Kamera aus. Schnell. Hat wer? Ich muss den verbessern. Das ist eine Gun. Ah, scheiße. Der liegt draußen. Nein, Slender kommt. Slender kommt mit dem Thermobohrer. Okay. Geh an die Fenster und gib ihm Feuerschutz. Ja. Hier kommen die Kampfs. So, jetzt. So, okay. Die kriegst du draußen. Die liegen so in der Garage und so liegen da... Ah, scheiße! Also krieg ich denn immer noch Treffer? Jetzt krieg ich von der anderen Seite Treffer. Willst du mich rollen oder was? Äh, nein, ich mach hinten Stolperminen. Oh, warte, die sind jetzt das hier. Für was brauchst du den Spürsender? Bohrer! Nein, Bohrer ist wieder okay. Äh, und Achtung, Renny ist so vor der Türe rum, dort ist eine Minigun aufgebaut. Ich helfe ihm auf, ich helfe ihm auf. Hey, thanks, brother. Scheiße, Mann, jetzt sind die... Ich helfe ihm nicht. Oh, ich helfe ihm. All of their targets in sight. Über. Ich helfe ihm. Oh, ich helfe ihm. Oh, ich helfe ihm. Scheiße, die sind drin, die sind drin. Wo hängst du eigentlich rum? Scheiße, so weit sind wir noch lange nie. Die kommen eh gleich wieder. Die kommen immer wieder vom Dach. Nein, ich habe sowas nicht. Ja, logisch. Deswegen wäre es ja schön, wenn jemand mal helfen würde. Hier, so ein bisschen wie. Und ich bin in Haft. Nein, noch nicht. Mir wird aufgeholfen. Slenderhilfe. Wie jetzt? Ah, Scheiße, weil es Slender erwischt hat. Ehhhhhh. Thanks. Es ist doch zum Katzen. Ja. Ja, Slender wollte mir auch was helfen, aber... Das hat nicht mehr ganz geklappt, weil sie ihn auch erwischt haben. Also ich würde jetzt draußen erstmal nie rumrennen, mein Freund. Was hast du jetzt angebracht? Für was? Und was soll der jetzt stören? Kümmer dich lieber mal um wichtigere Sachen. Zum Beispiel da hinten ist gerade angezeigt, Tasche. Da solltest du mal hingehen und dir das Zeug besuchen. Zu Dach. Zupen! Ich stehe, du flyst. Ja. Ohhh. Hör zwei geht es. F*** Dichs, Mann! Nein, ich stelle unter Beschuss. So, und die Teile? Hast du alle? Wo sind die anderen? Wo sind die anderen Scheiß-Taschen? So. Scheiße! Okay. Du musst die Tasche draußen erst mal aufbauen, das weißt du. Draußen auf der Straße. Scheiße, Mann! Ich hat's. Ja, ich lieg da so vor dem Tresorrahmen rum. Ah, die kommen rein, die kommen rein. Ja, logisch sind sie drin. F*** off, ey. Nein. Na toll. Ja, ich bin wieder zum Zuggucken, verdammt. Oh, guck mal, ich kann einen Wallhack machen. Aber ich bin's nicht. Ich bin schon in Haft. Ja, aber... Ich bin auch in Haft. Und Slender hat keine Munition mehr. Hat nur noch Schuss, zwei Schüsse. Ganz schlecht. Jungs, haltet aus. Wir kommen zurück. Also, die Taschen, das Tragekäfig, die musst du draußen auf der Straße aufbauen. Unsere Beute wird dann in den Tragekäfig reingeschmissen. Der wird weggeflogen. Weil es vorne angezeigt ist, dass du den vorne aufbauen sollst. So. Jungs, haltet aus. Haltet aus. Ich bin zurück in 40 Sekunden. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was eine Scheiße, ey. Ganz ehrlich. Bei dir dauert's noch ein bisschen länger, oder? Bombkrieg! Ich weiß nicht, es kotzt mich so an. Kaum wieder im Spiel, wirst du dann gleich wieder getötet. Bisschen, bisschen. So, hab ich diese, diese Kacktasche noch? What? Schachsache. Ich bin auch unter der Hilfe. Ja, hilf ihm auf, hilf ihm auf. Du, passt das hier irgendwas komisches zusammen? Hey, wo krieg ich denn jetzt schon wieder die Treffer her? Kann ich hier schon anfangen mit Schlossknacken? Ja, hast du noch eine Tasche? Ich hab keine Tasche, nee. Ich glaube nicht. Schau mal, schau mal, ich hab mich auf. Also der, wir müssten den, den Käfig aufbauen. Eine Tasche liegt im Presora. Hab ich eine? Nee. Yo, no, on me! Mann! Ey, ich krieg hier Treffer von der Seite. Das ist ja kein Schlosser. Wir müssen diesen Käfig aufbauen, sonst können wir die, die wahre Annie einräumen. Ich hab meine Schlosser mit dem Müll. Nein, das ist ja kein Schlosser. Das ist ja kein Schlosser. Das ist ja kein Schlosser. Oh, das ist ja kein Schlosser. Ich hab die Schlosser. Ja, das ist ja kein Schlosser. Oh man, wer jetzt wieder? Wer? Fartello, der liegt nicht rein. Nee, der liegt in irgendeinem Hinterraum. Shit! Shit, 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 shit! Jetzt kommen wir aber wieder rein, Alter. Also. Es kommt immer mehr und ich kann diesen Kackkäfig nie aufbauen. Jetzt hat's mich. Ja. Mann, ey! Wir brauchen diese Kacktaschen jetzt. Ach, du heilige Scheiße. Sniper oben auf Platz. Nein, vorne. Ey, Mann, ey. Ist hier wieder alles alleine, oder was? Jetzt hat's mich wieder. Es hat mich wieder. Ja, du wirst übrigens schon eine Belagung, ne? Das schäfst du, ne? Die Schäfer deinem Scheiß-Tresora. Ja, Alter! Jetzt kommen sie mit dem Schild rein. Ja, Superman, was soll der Scheiß-Tresora halt, Mann! Mich hat's auch. Ich bin jetzt wieder in Haft. Und auf mich wird geschossen wie in Irene. Fuck you, Mann! Oh, Mann. Wir müssen das wirklich voll im Stealth machen, weil sonst können wir, wir können es nicht, wir können nicht auf die Straße raus und nachher noch, äh, es geht nicht. Hä? Wir können nicht auf die Straße raus. Natürlich funktioniert das. Aber man kann nie, die rennen auch alle unplanmäßig rum. Das ist das Problem, verstehst du? So, wir sind zu zweit. Wir versuchen es nochmal. Na, ne, jetzt ist gerade wieder jemand anderes dahingekommen. Wir werden kurzen. So. Na gut. Stealth. Aber, schau mal. Ja, ja. Ja gut, wir werden die Folge jetzt beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir werden diese Bankgeschichte nochmal versuchen. Und ich hoffe, dass diesmal auf meine Anweisung gehört wird. Und dann sollte das auch klappen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.